Das monatelange Trübsalblasen ist endlich vorbei. Es ist wieder Zeit für Wasserspaß, denn alle Lacho-Schwimmbäder sind wieder geöffnet. Hier kommt auch schon die erste Familie, und zwar in Zeitlupe. Na sowas! Aber Moment mal, haben sie auch online reserviert? Denn die Plätze sind nun begrenzt. Ah, perfekt! Auch sie sind wieder bereit für ein paar Stunden Wasserspaß. Aber erst die Hände waschen. Und zwar wann immer nötig während des Besuchs. Unser Team macht es vor. So, jetzt können wir planschen, rutschen und schwimmen. Aber es gelten noch ein paar neue Verkehrsregeln. In allen Gängen steht's Rechtshalten, damit man mit niemandem zusammenstößt. Außerdem halten wir eineinhalb Meter Abstand zueinander. Das entspricht ungefähr einem großen Schwimmreifen. Bitte die Zeit im Blick behalten, denn die nächste Gruppe freut sich schon aufs kühle Nass. Währenddessen hält unser Reinigungsteam alles hygienisch sauber. Schon gewusst, dass Chlor Bakterien und Viren tötet? Und diese Luft bei uns. Schön frisch, oder? Die Frischluft kommt direkt von draußen und wird von unserem Lüftungssystem gefiltert. Aber wer sich krank fühlt, bleibt besser zu Hause. Wenn etwas unklar ist, einfach fragen. Wir alle helfen unseren Gästen gerne weiter. Sogar der Chef. Ja, wir sind bereit. Jetzt können sich Ihre Kinder wieder sicher austoben. Selbst die Allerkleinsten. Bis bald!